Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Eil. Mal wieder, mal ohne Stream, mal wieder im ganz normalen LP. Ich hatte mal Lust, einfach so ein bisschen, ich hab mir mal so einen anderen Server gesucht, es sind, das war zum Recht voll, 95 von 100. Und natürlich der Rex, ich will mich wieder bei den Rex groß kriegen. Ich muss das mal Orientierung finden, wozu geiler bin ich? Den Zupf habe ich vorher noch nicht gespielt. Ich glaube... Ist hier unten der Zupf, die Berge sind also weit weg. Die Map ist natürlich auch ein bisschen umgestaltet worden im großen Stil. Von ich kenne mich aber hier aus, bin ich weit entfernt. Ich weiß nicht, ob der Server KI an ist. Ja, hier ist der Zupf, alles klar. Ob hier eine kleine KIs an sind, weiß ich nicht. Wäre aber echt toll, wenn es so wäre. Fände ich super. Ich höre auch keine anderen Dinos. Ja, wie kam es zustande mit dem Seil? Einfach erstatt aus Lust und Laune. Ich hatte mal Lust auf eine Runde Seil und dachte mir so, mal wieder ein LP. Wäre auch mal was Schönes. So in Ruhe. Es sind 95 von 100 Leuten, ca. auf dem Server. Es beunruhigt mich, dass hier... Dass ich nichts höre. Dass ich wirklich gar nichts höre. Ich werde mich schüten, irgendein Geräusch zu machen. Okay, ich habe was gehört. Ich habe da was vernommen. Ja. Was zum Kerl ist das? Was ist das? Das Problem ist, ich brauche etwas zu essen. Natürlich, um den Sumpf finde ich vielleicht am ehesten gerade was. Ich bin gerade voll angespannt, weil ich mich die Geräusche gehört habe. Ich kann aber schon so lustig und locker. Ich bin locker, locker, aber jetzt gerade bin ich sehr angespannt. Ich habe ja gerade, also bevor ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich ja noch Jurassic World gespielt. Evolution. Ich habe mich gerade... Läuft hier was? Läuft hier was, oder ist das? Ich gehe mal ins Wasser. Das ist zwar riskant, aber... Ja gut, ich bin noch klein. Jetzt ist es nicht ganz so schlimm. Ich bin gerade erst gespawnt. Es wäre jetzt nicht ganz... Ich sage mal so schlimm. Okay. Schnüffel, schnüffel. Keine Fußspuren. Ein gar nichts hier. Da könnte ich natürlich jetzt in die Richtung gehen, wo ich gerade die Geräusche gehört habe. Und hoffen, dass die Dinos freundlich sind. Was ich nicht glaube, aber gut. Es ist... Kein Realisten-Server. Es ist kein Realisten-Server. Ich habe geguckt, ob ich einen finde. Habe leider keinen gefunden. Der mir so gefallen hat, sage ich mal. Vielleicht suche ich in den nächsten Folgen, wenn der in der Dino jetzt nicht sterben, dann... Vielleicht suche ich nochmal nach einem Realisten-Server. Mal gucken, weil ich finde ja noch einen besseren. Das hier ist einfach nur ein Survival-Server. Was ist denn das für Geräusche? Was ist das für ein Geräusch? Das klingt sehr komisch. Dahinten ist irgendwas. Das ist ein Rex. Nehmt ihr mich auf. Hey, ja. Da hinten ein Rex. Zwei Rexe. Könnt ihr mich aufnehmen? Oh, bitte lass die freundlich sein. Hallo. Hi. Hi. Seid bitte freundlich. Please. Das sind zwei Rexe. Sind die freundlich? Die Sneakern, die haben Hunger. Ich, ich, ich komm. Ich vertraue ihnen. Hallo. Lol. Oh, ruckel, ruckel. Wie sieht es denn eigentlich mit meinem Ping aus? Mein Ping ist 300. Alles klar, wer ist denn hier so? 100 von 100, alles klar. Darf ich zu euch kommen oder frest ihr mich dann? Das hat Bilder, dass ihr euch bewegt. Die tun halt gerade gar nichts. Schreiben die was? Nein. Wer hat in den letzten Folgen immer so, also wo ich immer zuletzt gespielt habe, immer so das Problem gehabt. Und dass der Ping so enorm hoch war. Und man immer hin und her gedeasingt ist. Ich traue den zwei irgendwie nicht. Ich traue den beiden irgendwie nicht. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht warum. Diese Rumgesneakern, was die hier abziehen. Ich frage die nicht mehr. Hier ist was zu essen, Leute. Ein Raptor liegt hier. Ja, aber haben die den Raptor gekehlt? Ich habe ganzes Gefühl gehabt, ich habe mir stampfen gehört. Lol. Okay. Huuu. BTF. Einer hat mich überschrocken. Hilfe. Äh. Seid ihr freundlich? Ich komme mal zu euch. Hi. Oh Gott. Ruckel. Da steht auch ein kleiner. Hier ist noch ein kleiner Rex. Oh. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Oh oh. Ich will speisen. Ja lol. Lol. Schreibt mit mir und killt mich. Asimov des Todes. Alles klar. Zu dem gehe ich nicht wieder. Nein, ich bin nicht mit dem Raptor befreundet. Nein. Warum sollte ich auch? Ähm. Serato. Serato finde ich auch ganz cool. Komm, ich versuche mal Serato. Wo bin ich? Where I am? Da hinten ist der an. Oh nein. Sag bin ich, dass ich bei... Oh. Bin ich auf diesen Bergen hinter der Griebung gebrochen ist bei. Bitte lass mich irgendwo an einer wunderschönen Stelle mit viel Essen und keinen bösen Dinos sein. Das Problem ist, haben wir dieses eine Baby gerade aufgenommen oder gehörte das dazu? Auf mich haben sie gar nicht reagiert, ne? Der Grusel muss mich so zu beißen, ey. Das ist schon wieder so. Schreiben auch mit mir, weißt du? Ich hätte mich auch den Kleinen stellen müssen. Oder den anderen Kleinen. Wo sind wir denn? Da ist die Antenne. Ach lol. Da ist die Antenne. Das ist nicht gut. Da gehe ich. Oh Gott. Exo-Safe wieder ein Beinbruch. Hier noch ein Meer ist irgendwas. Einmal schnifeln, bitte. Es wird schon wieder dunkel. Wenn ich mit Serato jetzt sterbe, ich sehe übrigens genauso wenig wie ihr gerade, ne? Ich, äh... Ja. Aber das ist so bitter bei dem Spiel. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich werde eine Runde Dino wieder spielen. Als Dino siehst du wenigstens was. Jetzt scheinen die Zwischenzeit und die Sonne bis auf meinem Bildschirm. Und das tut der Sache nicht gut, dass ich nichts sehe. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Wenn da die Antenne ist, müssen sie ja links irgendwie drei Steine sein. Ich sehe gar nichts. Hilfe. Ich muss mal so machen. Ich muss mal so machen. Es geht echt nicht. Es geht echt nicht. Ich würde erinnern. Da bin ich so jetzt eh für jeden leichte Beute, aber gut. Muss ich mich jetzt ganz auf mein Gehör verlassen. Ich muss jetzt mal irgendwie was sehen wieder. Ich muss sagen, ich finde Serato auch echt hübsch gemacht hier. Das Model gefällt mir hier sehr gut. Wo bin ich? Da vorne sind drei Steine. Da. In die Richtung gehe ich jetzt. Mal gucken, ob da irgendwas Freundliches ist. Oder ob die ein Böses sind. Bitte lass jemand Freundliches da sein. Ein Herz für Seratos und so, ne? Das wäre echt nicht verkehrt. Man hört aber auch gar nichts hier gerade. Aber so richtig gar nichts. Oh wehe. Wehe. Ich kriege den Beinbruch. Dann kann ich die Folge nicht raushauen. Es ist ja zu bitter. Kurz. Schnüffeln. Keine Ahnung, Spuren zu sehen. Das ist jetzt schon langsam. Wo sind die drei Steine? Da rechts. So da in etwa. Ich höre etwas. Kommt vor die drei Steine. Alles klar. Ich werde da wieder sterben. Ja, da ist etwas. Okay. Das ist nicht gut. Ich kann wieder rennen. Ich kann ja mal ein bisschen Fersengeld geben. Oh, kein Beinbruch. Das hast du wieder knapp davor bestimmt. Mal gucken, wie viele Versuche ich mir selber gebe heute. Um mal wieder zu wachsen. Zu ein, zwei Folgen würde ich gerne mein Glück versuchen. Ich würde es echt gerne wieder als T-Rex schaffen, erwachsen zu werden. Das wäre so cool. Aber ja, kannst du dir denken, da sehe ich gar nichts. Wenn ich jetzt sterbe mache, mache ich die Lofo. Der hat jetzt eine geile Nachtsicht. Da sehe ich wenigstens sowas. Ich werde auch mal Friendly Call machen, aber es hat ja gerade auch nicht viel gebracht. Jetzt würde ich mir irgendwie so ein Mikrolex machen. Was war das? War das ein Cerato? Sag mir bitte, dass es ein Cerato war. Bitte, lass es ein Cerato gewesen sein. Ein erwachsener Cerato, der ganz freundlich ist und mich aufnimmt. Wenn ich zwei glühende Augen, die ich vor mir sehe, schreie ich. Wenn ich mir alle jetzt Kopfhörer tragen, nehmt die mal die Kopfhörerstücke weg. Jetzt wird so still. Oh nein, Dilo. Oh nein, oh nein, Dilo. Aber ihr könnt mir gerne mal bei dem Seil-Video in die Kommentare schreiben. Und zwar, ich würde gerne wissen, ob so Streams euch lieber sind von Seil, hin und wieder mal, wenn da Lust ist bei mir und so. Oder, ob euch solche kleinen LP-Folgen lieber sind. Das würde mich echt mal interessieren. Aber bei Seil kann ich mich irgendwie nicht entscheiden. Steine müssen da irgendwo... Ich sehe auch nix Blaues. Ich mache die Nachtsicht immer aus, weil da sieht man das Blaue und so irgendwie besser, finde ich. Da ist das, äh, alles klar. So finde ich es irgendwie besser. Selbst mit Nachtsicht kennt ihr das richtig schön blau leuchten. Das wäre echt gut. So. Jetzt muss ich es gleich zeigen, ob ich jetzt hier sterbe oder nicht. Ich sehe halt nix, ne? Ich sehe null. Da drüben läuft was. Die Frage ist, hat sie mich gesehen oder soll ich Friendly Coal machen? Ich bin zu groß, ich fall auf. Wenn das ein großer Ceratus ist, ich kann die Geräusche nicht. Ich kann halt die Geräusche null auseinanderhalten. Ich weiß nicht, was zu essen. Ich brauche halt was zu essen, ne? Man hört die Schritte. Wenn ich nichts zu essen kriege, dann habe ich sowieso. Ich kann versuchen, woanders hinzugehen. Aber wohin ist die Frage? Partypool ist nicht mehr da. Man sieht halt... Ja, alles klar. Super. Jetzt hat man wieder gar nix, ne? Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier auf meiner Stelle. Und ich nehme bloß die eine Folge jetzt auf. Und warte mal so auf eure Kommentare. Ob ihr sagt, kleine LP-Folgen oder hin und wieder einmal, wenn ich halt Lust habe, einen Stream. Was euch bei sehr allen lieber ist. Gut, dann würde ich sagen, was ist das für die Folge? Ein bisschen unspannend. Bis auf den einen Tod und der Raptor und so. Das war ganz interessant. Oh, oh. Ja. Mit der neuen Nachtsicht und so. Man kann sich halt nicht wirklich weit weg bewegen. Außer man ist ein Dillo. Jetzt höre ich mir nix mehr hier laufen. Das gefällt mir auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, was ist das für die Folge? Und ja. Wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge im Stream oder halt in der LP-Folge mal gucken. Je nachdem, wie die Lust und die Laune ist. Oder was ihr halt auch sagt. Was euch da besser gefällt. Da oben ist irgendwas. Naja. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.